Hi und herzlich willkommen zurück beim Watteslos-Interview-Podcast. Mein Name ist Sören und ich treffe mich hier in Staffel 1 mit 10 Profisportnerinnen und Insidern aus der deutschen Triathlon-Szene, um mal so richtig in deren Alltagsmomente, Kopfkino und Ziele und natürlich auch in deren Meinung und Ansichten rein zu zoomen. Das Motto ist klar, möglichst wenig Phrasen oder Fragen, die schon 8000 Mal gestellt wurden. Krass auf jeden Fall, dass wir heute schon Bergfest feiern können und was mich mega freut, wenn ich mir die Download- und Streaming-Zahlen anschaue, dass ihr auf jeden Fall auch richtig Bock drauf habt und ordentlich die Folgen pumpt. Und eins sei noch dazu gesagt, wenn du dieses Format feierst und mich und den Watteslos-Podcast unterstützen möchtest, erfährst du dazu im Outro nach dem Talk mit oben mehr. Wenn du die deutsche Triathlon-Media-Szene verfolgst, wirst du es wahrscheinlich schon mitbekommen haben. Der deutsche Profi-Triathlet und frühere Radsportler Oben Zipunke hat gemeinsam mit Pushing Limits und Filmrausch alias Juyus Jacoby eine wirklich sehr, sehr starke Doku über seinen Weg hin zum Challenge Road 2021 herausgebracht. Und inzwischen haben sie deutlich die 100.000 View-Grenze geknackt und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich zu denen gehöre, die sie auch richtig abfeiern. Aus der Perspektive des Triathlon-Fans gesehen, bekommst du hier 57 Minuten feinste Triathlon-Kost mit vielen Insights und Behind-the-Scenes-Footage. Und nein, ich wurde für diesen Shoutout nicht bezahlt. Und als ich dann die Szenen gesehen habe, dachte ich mir, Alter, da musst du natürlich nochmal in die eine oder andere Stelle näher reinzoomen und Ruben war so gut, mir hierfür seine Zeit zu schenken. In unserem Gespräch geht es viel um Kopfkino, Visualisierung, Mentaltraining und Commitment. Und wer Ruben kennt und verfolgt, weiß, dass er transparent mit Zahlen und Trainingswerten umgeht. Und genau das lieben wir Triathlon-Freaks ja auch irgendwie immer. Kurzum, auch hier wirst du spannende Insights bekommen, etwa dann, wenn Ruben über V2-Max und Fauler-Max spricht und das sowohl für sein Profit-Dasein als auch für die Age-Grouper-Ebene einordnet. Auch sehr spannend fand ich hierbei seine Erkenntnisse zu den Analysen hinsichtlich der physiologischen Ansprüche bei Laufschuhen, Hashtag Hoke, Hashtag Nike und seine Gedanken zum Athleten-Coach-Verhältnis. Okay, eine letzte Sache noch, bevor es dann aber auch wirklich losgeht. Am Tag der Aufnahme war ich noch gut mit einer Erkältung ausgenockt. Ich hoffe, man hört es nicht zu doll und du entschuldigst meinen kleinen Cut im spätenden Verlauf des Gesprächs. Kurz nach dem Start hatten wir außerdem noch mit der guten alten Technik zu kämpfen. Also wundere dich auch hier nicht, wenn da ein kurzer Cut zu hören ist, wenn es um meine Lieblingsszene in der Doku geht. Aber wie auch immer, viel Spaß jetzt beim Talk mit Ruben und wir hören uns danach nochmal im Outro. Ja, also ich hatte die Idee immer schon mal so, weil ich bin jetzt nicht der Social Media Marketing Experte oder generell Experte, der sich über Social Media irgendwie darstellen möchte. Und ja, dann hatte ich halt immer so eine Idee, sowas vielleicht mal in so einer Dokumentation zu machen. Oder ich folge auch immer gerne natürlich auch Leuten bei YouTube, finde das immer sehr spannend, da irgendwie so ein Prozess. Vor allem das ist eher dieser Prozess, der sich mich auch immer bei den Leuten so fasst, wenn ich das bei anderen Leuten sehe. Auch so interessiert und ja, dann hatte ich halt eine sehr schwere Phase und dann habe ich halt überlegt, weil ich einen sehr schlechten Wettkampf hatte letztes Jahr in Dubai, nachdem ich wirklich den Winter super, super hart gearbeitet hatte. Und dann habe ich halt überlegt, okay, was motiviert mich? Und ich denke, dass ich die Langdistanz für letztes Jahr, mein Debüt vielleicht ein Jahr zu früh war. Da hatte ich noch zu viele Baustellen im Nachhinein. Aber das war erstens die Motivation, Langdistanz machen. Einfach da, wie man sich natürlich rausarbeiten und das vielleicht mit Dokumentation irgendwie begleiten. Und da habe ich den Jus kennengelernt und ich wusste halt, dass er auch selbst Filme dreht und er aus dem Motorsport kommt. Und er wollte auch immer mal sowas starten und da haben wir eigentlich wirklich zufällig zueinander gefunden, muss man wirklich sagen. Und da habe ich wirklich von der einen auf die andere Sekunde das Ding gestartet und ich war dessen gar nicht so bewusst, wie, ja, was das eigentlich an Zeit und Arbeit ist. Das habe ich dann erst durch den Jus auf jeden Fall dann gesehen, was er wirklich da reingesteckt hat. Finanziell auf jeden Fall auch. Also man muss auch dazu sagen, ich habe nichts in diesen Film reingesteckt. Jus hat quasi alles über seine Firma laufen lassen und bin dem auch da super auf jeden Fall dankbar, dass er sich da so leidenschaftlich reingehängt hat. Und ja, ich kriege selbst noch manchmal Gänsehaut, wenn ich da mal vielleicht nochmal ein, zwei Ausschnitte von sehe. Und ja, das war so quasi die Motivation, das irgendwie, was mich da motiviert im Training. Und man denke, ich sehe das ja auch ganz gut in der Dokumentation, wie ich dann wirklich von Sequenz, für mich war es ja dann Wochen irgendwie immer motivierter wurde und gesehen habe, genau das ist, wofür ich lebe. Ja, das ist, du sprichst es schon an, Gänsehaut-Momente. Also ich hatte die auf jeden Fall auch, einige davon. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also das ist jetzt keine Frage, aber ich habe mich dabei erwischt, wie ich ein paar Mal dachte so, oh, scheiße, jetzt würdest du echt gerne einfach raus irgendwie in langen Lauf oder auf die Rolle ballern. Wenn ich jetzt nicht ausgenockt, hätte ich es halt auch gemacht. Aber es waren halt auch genau so die Momente dabei. Und wie gesagt, ich fand ihn sehr, sehr geil. Ich hatte es auch Julius schon mal geschrieben, glaube ich, die Tage hier bei LinkedIn. Ich fand ihn sehr, sehr atmosphärisch. Und vor allem, wo ich wirklich schmunzeln oder lachen musste, war die Szene, wo ihr so ganz entspannt vor Rot auf der Couch abhängt und nochmal so Revue passieren lässt, wie gut du aufgestellt bist. Und dann so dieser Twist, ich fand das so gut, wie du dann schon meintest, so, oh, ich habe schon so Bock, jetzt auf den Wind da wieder, weil ich genau weiß, woran ich so schrauben kann. Und da musste ich, das war so ein Déjà-vu irgendwie, ich hatte es dir ja schon mal in dem Videogruß gesagt, so 2017, wo ich in so einem Radsport-Team war. Und man sich da auch so sechs Monate committed hat und dann erkannt hat, so durch so ein professionelles Training, oh, was geht da eigentlich alles? Und dass man schon so heiß ist, selbst wenn da so ein großes Highlight ist, danach dann noch weiter geht zu gehen, die Steps sowas. Und das war so schön zu sehen, der Moment irgendwie. Das sieht mega gut an, also das sieht mega gut an der Film. Ja, du hast den Zeitfahrhelm, dann hast du den Birch an. Ja. Auch super wichtig. Neue Scheibe. Scheibe, neue Reifen, neues Aero-Kockbait, wo du richtig schön klein machen kannst. Ja. Und Dieselmotor im Körper, Alter. Morten in der Fresse. Ich weiß nicht, was da schief gehen soll, Alter. Wir haben das trainiert, du kannst die Pace ballern. Machen wir aber gar keinen Gucken. Ach, ich habe schon so Bock auf den Winter. Auf die Vorbereitung für nächstes Jahr. Ja, Entschuldigung. Aber ich sehe, was wir alles machen können. Ich habe erst noch Bock auf Brot, Alter. Es ist nur noch abliefern, Alter. Also ich habe richtig Bock. Lass uns doch nochmal die Szene einsteigen mit der Rot-Konferenz, mit der PK. Da fand ich nämlich auch spannend. Also du hast ja jetzt dann so diese Ansage gedroppt. Ich sehe halt nur den Sieg. Und der Alex Siegmund, der der Moderator war dort, hatte das auch nochmal aufgegriffen. Und mich würde mal interessieren, ob du da so bestimmte Vibes irgendwie so mitbekommen hast. Oder ob du so ein Tunnel warst. Ich meine, da saßen ja auch wirklich Leute wie Kienle, Frommholt, Löschke. Wie hast du die Szene so empfunden? Ja, also ich denke, dass ich ein sehr visueller Typ bin. Und ich träume natürlich immer als Sportler vor dem Sieg. Das ist natürlich auch meine tägliche Motivation, warum ich den Sport mache. Und ich denke auch bei vielen natürlich. Natürlich finde ich auch, dass es ja gar nicht respektierlich klingt, stelle ich mir im Training natürlich auch vor, dass ich in Kienle schlage oder in Patrick Lange. Und das motiviert mich. Und wenn man die natürlich sieht, dann denkt man, ja, das sind ja schon alles sehr große Champions und sind Legenden in unserem Sport. Und nichtsdestotrotz glaube ich daran, dass ich die Leute schlagen kann. Sonst weiß ich nicht, warum ich das hier alles machen sollte. Würde mir ja quasi die ganze Motivation auch dann nehmen. Dann wie jetzt zum Beispiel sechs Wochen hier in Andorra zu sein. Oder so lange weg von zu Hause. Und man möchte natürlich die Besten schlagen. Und so stelle ich mir das dann auch im Training vor. So kann ich mich motivieren. Natürlich hat man dann eine ordentliche Portion an Respekt vor den Leuten. Aber die kochen ja auch alle nur mit Wasser. Und ich freue mich, neben so welchen Leuten Sport machen zu dürfen, die halt wirklich Legenden sind. Und wenn man dann die Leute dann schlagen kann, gehört man ja dazu. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum ich den Sport mache. Worin ich mich motiviere, um eventuell nochmal dann zwei, drei Prozent im Training oder sei es woanders, dann nochmal natürlich zu bekommen. Ja, und du hast ja auch selber gesagt, dein eigener Anspruch ist ja auch ganz nach vorne zu kommen. Und dann braucht man wahrscheinlich auch so diese Attitude einfach. Und ich hatte mich halt auch gefragt, ob das auch so wahrscheinlich auch bedingt durch den Radsport ist. Also wenn man so zum Beispiel hier der Rick Zabel ist ja auch, sagst du ja einer deiner so noch Kumpels, nicht so aus vergangenen Radsporttagen. Da hört man halt auch immer wieder, dass der zweite Platz im Grunde genommen eigentlich nicht viel wert ist. Jetzt ist es natürlich im Triathlon schon so ein bisschen anders noch, wenn man jetzt, sag ich mal, nicht Frodeno heißt. Dann ist unter Umständen der zweite Platz schon sehr, sehr viel wert. Aber ich habe mich halt gefragt, ob das einfach so dieses Radsportthema ist, dass das für dich dann auch so stark ist halt, dass es eher eine Enttäuschung ist dann, wenn man nicht ganz oben ist sozusagen. Also ich muss natürlich auch dazu sagen, ich hatte jetzt nie, also auch im Radsport, das wurde ich auch, denke ich, sehr gut in der Dokumentation aufgegriffen, dass ich immer so als Talent irgendwie abgestempelt wurde. Und wie gesagt, es fiel mir auch immer sehr, sehr einfach im Radsport, fiel es mir immer sehr einfach Erfolg zu haben. Deutscher Meister bin ich mehrmals geworden und habe mich nie so kommittelt, wie ich es jetzt im Triathlon tue. Und ich sehe auch im Labor, was ich für Werte habe und weiß eigentlich, gehöre ich da auf jeden Fall sehr, sehr weit vorne mit, also gehöre ich dazu. Ob es dann natürlich im Rennen oder im Wettkampf dann so weit kommt, das ist natürlich taktisch oder ist das nochmal was ganz anderes. Und man natürlich kann auch im Training viel falsch laufen oder nicht optimal. Und ja, deswegen muss man, denke ich, auf jeden Fall die Mentalität haben, dass man jeden schlagen möchte. Und da zählt halt nur der Platz eins. Und ich kann auch so viel sagen, ich habe jetzt hier in Andorra ein paar Tage mit Jan Frodeno trainieren können und da habe ich halt auch nochmal selbst gemerkt, wie sehr ich in Jan Frodeno schlagen möchte. Ich weiß, es ist jetzt sehr, sehr weit gegriffen. Nee, nee, alles gut. Aber ich habe auch nicht den, auf der anderen Seite bin ich immer noch im Prozess, bin ich immer noch am Lernen. Aber irgendwo muss man halt anfangen und irgendwo brauche ich die Motivation. Wenn ich diese Motivation nicht hätte, dann würde ich wahrscheinlich Amateursport machen. und hätte Spaß am Sport, den habe ich sowieso. Aber ich sage mal, ich mache seit 15 Jahren, bin ich Profisportler oder bin Leistungssportler, war mehrere Jahre in der Nationalmannschaft und da zählt halt nur der Sieg. Und ja, das ist natürlich, je länger ich jetzt auch den Triathlon mache und auch die weiter, die jetzt die Saison irgendwie voranschreitet, merke ich halt, wie sehr ich das halt auch möchte und halt auch den, wirklich, dass ich jeden schlagen möchte und dann würde ich auch dann manchmal schlaflose Nächte habe, wo ich denke, mache ich alles richtig? Mache ich zu wenig? Mache ich zu viel? Keine Ahnung. Und ja, es ist, wenn natürlich, wenn man dann alle Leute sieht, wie die Welt trainiert, dann sieht man Sam Long, der reist 40 bis 50 Stunden die Woche ab und dann gucke ich halt bei mir bei Trainingspeaks und da steht halt keine 30 oder 40 Stunden. Ab und zu komme ich mal über die 30. Aber da denkt man halt auch schon, ja, man möchte ja die Leute schlagen und muss man jetzt auch so viel trainieren? Nein, muss man nicht. Man muss auf jeden Fall seinen Weg finden und mein Weg ist halt, sich dazu motivieren, diese Leute schlagen zu können, auf meinem Weg. Ja, also, du sprichst da auch was Wichtiges an, dass gerade auch, du sagst ja schon, du bist ein Prozess und auch gerade, Stichwort Trainerstationen, ja, also gerade auch so in der Arbeitswelt ist es ja wissenschaftlich, arbeitswissenschaftlich belegt, dass einfach mehr Zeit, also mehr Input nicht wirklich zu mehr Performance unter Umständen führt, sondern eher halt zu mehr Stress, sondern es kommt natürlich auch immer auf die Faktoren drauf an. Aber vielleicht, du hattest ja jetzt auch schon andere Trainerstationen, aber vielleicht magst du mal kurz so, das fand ich auch sehr cool, wie ihr das so skizziert habt in der Doku und über Micha und Alex nochmal so, ihr seid ja, glaube ich, ein Vierer-Team eigentlich so nicht, aber vielleicht kannst du nochmal so auf diese Dreier-Konstellation eingehen, wie du sie so siehst. Ja, eigentlich sind wir sogar ein Fünfer-Team. Ja, okay. Oder mittlerweile schon ein Sechser-Team. Okay, okay. Also ich gehe auch sehr, sehr gerne oft mit um. Also natürlich ist Paulina, meine Freundin, unterstützt mich auf allen Ebenen, wo sie kann, hat mich selbst hier in Höhlentrainingslager besucht, hat Urlaub genommen und man muss natürlich auch erstmal fairerweise dazu sagen, ja, man sieht ja immer, was der Sportler leistet und dieses, oh, ich bin jetzt sechs Wochen hier und keine Ahnung, wie cool ich bin, bla bla bla, aber das stimmt ja nicht. Also es ist ja genau die andere Hälfte der Familie. Total. Die muss ja auch einen in dem Sinne entbehren können oder leidet ja auch darunter und committet sich auch dem Ziel und das ist natürlich erstmal auch, wo ich, denke ich, den meisten Druck habe, sag ich mal, der Paulina, das eigentlich auch oder meiner Familie, alle, die dazugehören, auch irgendwie das Heim zu zeigen, quasi mit Erfolg. Und ja, natürlich habe ich dann auch den, meinen Trainer quasi, den Taktikern, so nenne ich ihn immer, den Michi, also der trainiert mich quasi mit dem Trainingsplan und mit Absprache mit dem Alex und Alex ist eigentlich mein Triathlete seit erster Stunde, hat sehr viel Erfahrung im Coaching und ist so eher so, der große Bruder, würde ich mal sagen, der mich auch mal, der auch mit einmal nachholt, wirklich sagt, was Sache ist. Ey, schön wie gut, wie du da vorne rumstrahlst und wir haben uns eigentlich einem Ziel committed und du hast deinen Teil halt nicht gebracht und da musst du halt noch dran arbeiten, das war so die Message und um da an dieser Message dran zu arbeiten, arbeite ich jetzt auch dann mit dem Sportpsychologen, mit dem Christian, arbeite ich da wirklich auch an diesem Commitment, an diesem Visualisieren, wo möchte ich hin, wie kann ich mich weiter professionalisieren, ist jetzt nicht, dass ich, es hört sich ja mal so dramatisch an, Sportpsychologe, aber ich denke, gerade im Mental, ja, aber es ist im Mental Coaching das, was man da wirklich an Feldern offen hat, wie man sich wirklich dann nochmal vielleicht wirklich 3-4% verbessern kann, gerade durch Visualisierung, ich denke, ich hoffe, das bei den nächsten Rennen dann auch zeigen zu können und dann gibt es noch den Julius, der jetzt gerade mit mir hier in Andorra ist, das ist quasi der Marketing Manager, so würde ich ihn mal nennen, der auch natürlich die Dokumentation gedreht hat und haben halt wirklich auch während der Dokumentation, während dem Dreh gemerkt, der hat richtig Bock darauf, der kann, der hilft total, es wirkt super unterstützend und ja, ich bin super froh da, wirklich so eine, wirklich jetzt schon so eine Riesengruppe am Start zu haben und hoffen das natürlich, dass das die nächsten Jahre noch weiter wächst und irgendwann mal dann natürlich Platz 1 dabei rauskommt, ja. Ja, und du hattest ja auch gesagt, in der Doku, also da bist du, hast du glaube ich 2020 gemeint, dass du davor dein Setup verloren hattest, da habe ich mich gefragt, wie das du genau gemeint hattest, also ob das jetzt auf das Training oder auf diese Konstellation an sich bezogen war, vielleicht magst du da mal kurz drauf eingehen. Ja, also, was heißt, ich habe mein Setup verloren, also ich war nicht mehr im Flow, wie kann man das nennen, ich habe halt wirklich nur, ich nenne es mal, gewirtschaftet oder auch nicht mehr, ich habe einfach nur gearbeitet, habe den Trainingsplan absolviert, so wie er halt vorgeschrieben war und habe da quasi einfach immer nur, vielleicht auch mal Trainingspeaks dazu, immer nur grüne Häkchen zu machen, obwohl vielleicht das Körpergefühl halt nicht das eigentlich ist, was Trainingspeaks dir sagt und dann ist es halt mal wichtiger, auf deinen Körper zu fühlen und ich war immer ein Typ, der sich immer auf den Körper verlassen konnte, der immer sich auf das Gefühl verlassen konnte und wenn das auf einmal dann völlig in die Hose geht, so wie 2021 in Dubai oder auch schon in Ratingen 2020 und das ist halt immer, oder ich hatte halt, ich habe das immer schon so, wie nennt man, ich hatte das schon immer im Unterbewusstsein, ich habe immer gemerkt, dass ich nicht da bin, wo ich schon mal war oder es fühlt sich halt ganz anders an, also ich habe mich nicht mehr wiedererkannt und das war halt schon so ein bisschen Gesichtsverlust von mir selbst, wo ich mich selbst nicht mehr wiedererkannt habe und da erstmal dann wieder im Training Erfolge zu haben, also ich kenne mal, das ist jetzt mal ein Beispiel, da habe ich dann den Trainerwechsel gehabt und ich war früher immer in Diesel, hatte halt, denke ich, im Radsport auch nie so eine hohe V2 Max, wie ich es jetzt hatte, also da hatte ich wahrscheinlich so Laktatbehörungsraten von 0,3 bei 0,2 und habe jetzt dann durch das, also wirklich ein sehr, sehr gutes Training, muss man auch auf der anderen Seite sagen, von Sebastian Zeller mich wirklich auf eine V2 Max von 84 hochgearbeitet und wenn man das dann später mit einer, niedrigen Laktatbehörungsrate anpassen kann, dann weiß man auf jeden Fall, dass man sehr kompetitiv sein kann und auf jeden Fall, dieses Beispiel war also wirklich dann vor Dubai, dann sollte ich diese WAM, die Ramp-Ups fahren vor meinem eigentlichen Intervall und ich konnte, ich habe die Ramp-Up nicht geschafft, mir sind die Beine wie sonst was weggeflogen und wo du eigentlich denkst, ja wenn du eine Schwelle von Pogna Popa zunifizierst, von weit über 400 Watt hast und du kannst noch nicht mal 340 Watt oder so durchfahren, dann weiß du halt irgendwie, dass das was nicht stimmt und mit dem Gefühl bin ich auch in den Wettkampf gegangen, wusste aber auf der einen Seite, ich habe eigentlich diese super krassen Ergebnisse im Labor, aber mein Körpergefühl hat halt absolut nicht gepasst und dann habe ich halt wirklich mit Michi und mit dem Alex erstmal in diesem Körpergefühl gearbeitet, trainier erstmal so, wie es dein Körper dir halt sagt und dann hatte ich halt auch ganz schnell Erfolge, aber das hat auch erstmal echt lange gedauert und hatte vielleicht den ersten Erfolg letztes Jahr bei der Challenge weil ich sie, wo ich gemerkt habe, also langsam kommt die Stärke erst wieder und ich würde jetzt eigentlich bis diesen Winter hatte ich nicht mehr also ich hatte nie so gemerkt, ich bin wieder der alte Ruben, es ist immer noch ein Prozess und aber es kommt auf jeden Fall zurück, kann man sagen. Wie würdest du den alten Ruhm beschreiben so von der Herangehensweise? Das ist ein sehr plastisches Wort, Entschuldigung. Nein, es hat einfach alles drumherum nicht so gepasst. Also der alte Ruben, den möchte ich eigentlich gar nicht mehr sehen, kann man auch erstmal so sagen. Also der alte Ruben ist der, mit der Brechstange Wettkämpfe machen. So habe ich auch im Radsport immer meine Wettkämpfe gewonnen. Also U17, U19, ich glaube, da habe ich so roundabout 50 Wettkämpfe gewonnen und die sahen immer so aus, dass mir tatsächlich die Leute oder die Eltern mir vor dem Rennen gratuliert haben, dass ich einen Wettkampf gewonnen habe. Und das sah dann wirklich so aus, dass ich das Hauptfeld oder den zweiten Platz überrundet habe auf so einem kleinen Rundkurz halt. Und ja, das war halt immer, das war der alte Ruben, aber wenn man in der Weltklasse ist, oder Weltspitze sein möchte, dann kann man das halt nicht mehr machen. Und da bin ich bis jetzt immer sehr bestraft worden. Und das erste Rennen, was ich jetzt dieses Jahr hatte, da habe ich ein bisschen mehr gezügelt, ein bisschen mehr Kulnes an den Start gebracht und bin jetzt knapp Vierter geworden. oder knapp vom Podium oder knapp vom Sieg, war eine Minute vom Sieger entfernt, was ein Duatlon war. Und ja, also ich bin auf jeden Fall on track. Auch da würde ich nochmal ganz kurz, nochmal kurz, auch wieder so ein kleines Déjà-vu von mir zu diesem Ötztaler Radmarathon, wo ich ja ein halbes Jahr trainiert wurde. Und da wusste ich genau, was ich zu tun hatte. Und das war der einzige Wettkampf, wo es sich leider zugeben bisher, und das war ja nicht mal im Triathlon, wo ich einfach, es hat alles gestimmt so und ich musste mich einfach nur zurückhalten, so weißt du. Ich war nicht überfordert und so. Hast du das auch schon mal so jetzt im Triathlon erlebt, dass du gesagt hast, du bist voll im Wettkampf? Oder war es eher bisher so, oh, dass du gucken musst, dass du irgendwie, weißt du, also dass du nicht überkochst und dass alles zu viel ist und weißt du, dass man die Kontrolle einfach so hast. Hast du schon mal so dieses Gefühl oder vielleicht teilweise gehabt? Ja, teilweise definitiv. Die letzten zwei Jahre nicht. Ich würde sagen, in Rot habe ich auch die Kontrolle verloren. Challenges, weil ich sehe, wo ich Väter geworden bin, auch wieder ganz knapp vom Podium. Da hatte ich auch keine Kontrolle gehabt. Das war einfach nur vier Stunden, ja, was kann ich halt, oder dreieinhalb Stunden, was kann ich halt abliefern im Wettkampf? Ich bin, denke ich, vom Kopf her, bin ich, oder diese Kulnis, wie gesagt, die habe ich nicht, weil ich dann oft immer denke, ja, ich muss jetzt ja alles mit der Brechstange machen, weil ich halt wirklich diese Radstärke habe. Tatsächlich, das ist jetzt wieder ganz lustig, da war ich da auch mit meinem Sportpsychologen drüber spreche, weil wir ja immer von dieser Visualisierung sprechen, wo ich deutscher Meister im Einzelzeitfahren geworden bin, da hatte ich das. Da hatte ich diese Kulnis, diese Kontrolle, da habe ich gesagt, ja, ich habe vor meinem Trainer damals, habe ich meine, meine, meine quasi jede, also fünf Minuten Takte bekommen, welche Wattzeit ich fahren soll. Und da habe ich mich perfekt dran gehalten, also ersten fünf Minuten erstmal nur Schwelle, oder unterschwellig, dann Schwelle und dann nächsten 40 Minuten All-Out. Dann habe ich knapp einen 50er-Schnitt gefahren auf, glaube ich, irgendwie sowas von 40 Kilometer oder so und 400 Watt im Schnitt als U19-Fahrer. Und mein Trainer hat Darts damals immer noch sehr, sehr gerne bei der Sporho benutzt als Paradebeispiel. weil ich da wirklich so richtig halt, also da hatte ich auch cool und ich hatte auch da Vertrauen drin. Und das ist halt auch so, wo ich denke, wo ich dran arbeiten muss, dass ich einfach genau meine Stärken mir auch dann so auslegen muss, dass ich da cool bleibe. Weil die Zahlen und sowas, das bekommst du ja alles auch hingelegt, nicht von Michael, der macht das alles perfekt. Du weißt ja eigentlich auch da um deine Schwimmstärke, sage ich mal, also jetzt im Vergleich zu anderen auch nicht, die da vielleicht im Trittland eingestiegen sind, deine Radstärke. So viel ist eigentlich gar nicht anders, nicht? Das ist, Ja, also man muss auch ehrlich sagen, ich habe auch eine ziemlich gute Laufstärke, konnte sie aber noch nie zeigen. ja. Und weil ich da schon einen ziemlich guten Motor habe, fürs Laufen, ja, weil ich mir das immer mit dem Radfahren halt immer kaputt mache. Und jetzt im, das war jetzt bei der Challenge Salou vor zwei Wochen jetzt knapp, hatte ich auch, das war eigentlich der einzige Auftrag, war, halte dich an deine Wattzahlen, um mal richtig geil zu laufen, unter 1,10, war eigentlich geplant. Und ich denke, unter 1,10 laufen kannst im Halbmarathon, obwohl es jetzt ein Duatlon war, wo ich denke, es ist dann noch anstrengender, schneller zu laufen, weil man ja dann schon mal fünf Kilometer vorgelaufen ist. hatte ich meine Wattzahlen, kann ich auch offen sagen, war 340 Watt, weil wir ja quasi aus der Höhe gekommen sind und ich wusste nicht genau, wie ich da so reagiere und ich auch nicht mehr in der Höhe so richtig, Entschuldigung, Wettkampf spezifisch trainieren konnte, weil ich halt relativ hoch trainiert habe, über 2000 Meter. und der Plan war auch dann nach einer halben Stunde im Wettkampf, musste ich den dann beim Radfahren über den Aufen werfen, weil ich dann, ich glaube, ich bin über zwei Stunden weit über 360 Watt gefahren oder ich bin 90 Minuten mit 370 Watt gefahren, was bis jetzt meine beste 90 Minuten Leistung ist, also auch als Radprofi sogar und ich sollte dabei über zwei Stunden 340 Watt fahren und das ist halt schon mal ein riesengroßer Unterschied, weil einfach die Rennkonstellation so aussah, dass wir da vorne richtig Druck machen mussten, weil da vorne oder hinter uns eine Gruppe von 30 Mann mit 5 Meter Abstand quasi zu jedem anderen, obwohl 20 Meter Abstand war, gefahren ist und da hatte ich halt richtig auch Angst, dass ich dann wie einen schlechten Lauf performe, habe mich aber dann wirklich an die Visualisierung mit meinem Sportpsychologen dann nochmal vor dem Laufen mich daran erinnert, was wir halt vereinbart hatten und dann habe ich halt wirklich nochmal 5 Kilometer vorher oder vor 10, 5 oder 8 Kilometer vor dem Ende des Radsplitz nochmal rausgenommen und dann wirklich nochmal zu sagen, okay, ich mache mich jetzt nochmal komplett ready, nehme nochmal ein Gel, reduziere die Wattzahl mal auf vielleicht 340 Watt und gucke dann, was ich beim Laufen dann zeigen kann und dann bin ich halt eine 1,13 gelaufen, war sehr, sehr lange, ich glaube bis Kilometer 2, lag ich auf 2. 2 Kilometer vom Ziel, lag ich auf dem zweiten Platz immer mit 20, 30 Sekunden auf den ersten, war auch mal auf 10 Sekunden dran, also ich habe wirklich dann gemerkt, ja, es läuft wieder auch beim Laufen und dann wurde ich halt leider von den richtigen Läufern, Top-Läufern auf dem letzten Kilometer überholt, die halt alle eine 1,08 oder 1,09 gelaufen sind, aber die sind halt, was ich gehört habe, wie gesagt, alle waren nur auf 10 Meter Abstand gefahren in der Gruppe und was ich gehört habe, was jemand in der Gruppe für Watt gefahren ist, die sind 280 Watt gefahren und ich bin halt, ja, 80 Watt mehr gefahren und dann sieht man halt schon auch dann den Substratverbrauch natürlich, das sieht dann nochmal ganz anders aus, aber wie gesagt, es wird langsam, das Körpergefühl kommt zurück. Das ist auf jeden Fall ein leidiges Thema, was du da ansprichst, mit dem, was da immer so leider doch immer noch passiert, aber das ist interessant, weil das ist genau der Punkt, den ja der Maurice Clauwell auch angesprochen hatte in Südafrika, wo er auch so diesen einen Moment einfach brauchte von außen, um da wieder sich zu setteln, aber weil du es ja auch gerade mit dem Motor angesprochen hast, also es ist ja auch, Triathleten sind ja auch immer so ein bisschen Zahlenfreaks, gerne nicht, es macht ja auch Spaß, so ein bisschen einfach so ein bisschen rumzufilosophieren und ich denke mal, den meisten ist das auch so bewusst, was du ja alles ansprichst, aber vielleicht nochmal auf eine Sache anspielend mit dem brutalen Motor, den du ja hast, so nicht, ich glaube, der Michael meinte irgendwie, du hast einen sehr, sehr starken Motor, aber der ist halt noch sehr verschwenderisch, wobei das noch, weiß ich nicht, ob das noch gilt, vielleicht kannst du das nochmal so einordnen, dann geht es ja um Sauerstoffaufnahmen, etc., weil ich glaube, so als Amateursportler, weißt du, gerade so in den letzten Jahren ist es immer mehr so, oh geil, V2 Max Sessions, das muss alles ballern, das muss, weißt du, dann ist nur noch V2 Max so das Thema, aber vielleicht kann man das nochmal so ein bisschen einordnen einfach. Ja, also ich meine, gerade, also wenn man jetzt wirklich über Leistungssport spricht, dann ist V2 Max auf jeden Fall mit das Wichtigste, mit der V2 Max, wenn man jetzt über den, ich sage mal, über einen guten Amateursport spricht und das ist ja eigentlich jeder Triathlet, ist ein, also ist er ja auch eigentlich ein Leistungssportler, muss man ja definitiv sagen und da ist vielleicht eher die V2 Max nur wichtig, dass man halt durch den Wettkampf kommt und die V2 Max bestimmt, also ich bin jetzt kein Sportwissenschaftler, aber die V2 Max, wenn die hoch ist, dann bist du halt schnell im Sack, weil du einmal auf die Schwelle gehst und das gehst du halt seitdem war der 70.3, dann bist du halt ganz schnell voller Laktat und das Laktat kannst du nicht mehr abbauen und dann war es das und dementsprechend hängt auch da der Substratverbrauch dran, wenn du eine hohe Fat Max hast, also wahrscheinlich auch eine höhere, eine niedrigere, fauler Max, also dass das Laktat nicht so schnell steigt, kannst du auch viel mehr Fette speichern oder Kohlenhydrate, also Kohlenhydrate speichern und eine eher Fette quasi als Treibstoff zu benutzen und ich weiß halt auch aus meiner Radsportzeit, dass ich nie so ein Typ war, der genau auf die Ernährung geachtet hat während des Wettkampfs, sondern eher immer nur so nach Gefühl nachgefiedelt hat und so hat die auch meine ersten Triathlon-Jahre damit eigentlich verbracht und jetzt ist es halt wirklich, wenn man auch natürlich die Norweger sieht, was die alles testen, ich habe das natürlich mit Sebastian Zeller das ist einer der besten, das ist der beste Diagnostiker, den ich kenne und der hat mir auch eigentlich definitiv gesagt, was ich verbrenne, was wir, wo wir dran arbeiten müssen, war auch eigentlich immer super gut geplant, aber wie gesagt, das Körpergefühl hat leider nie richtig bei mir gepasst, weil wir vielleicht dann erstmal zu sehr viel Wert auf die V2 Max gelegt haben, weil wir gesehen haben, mit 80 Kilogramm, 84er oder 83er Aufnahme, ich weiß jetzt nicht mehr genau, 6,5 Liter maximal pro Kilogramm oder nee, wie sagt man, ich weiß gar nicht, 6,5 Liter oder noch mehr, wenn man sich, ich glaube, Ghana hat eine von 6,7, also ich bin da auch nicht weit weg vom Filippo Ghana, also ich denke, wenn man jetzt eine Empfehlung spricht, leute man erst, wenn man sich mal Langdistanz anguckt, auf jeden Fall eher eine niedrigere V La Max haben, um einfach durch den Wettkampf zu kommen, definitiv. Aber wenn man in den Profisport geht, in die Weltspitze, dann braucht man natürlich auch nochmal daneben eine hohe V-Zermarke, weil die Leute, man sieht ja einen Gustav Iden, wie er halt läuft oder einen Christian Blumenfeld und da braucht man auch eine hohe Sauerstoffaufnahme, natürlich. Klar, ist ja genau, ist ja auch, ist glaube ich wichtig, das zu wissen, ist auch viel Talente sicherlich auch dabei und dann, was ich auch noch spannend fand, also Profisportler, Profitredet ist ja auch so ein Gesamtkonzept, was irgendwie auch stimmen muss, also du musst halt irgendwie Performance bringen, du musst halt ein geiles Team haben und das fand ich, und dann fand ich halt auch noch spannend, so den Aspekt, also mehrere Talente, nicht? Und bei dir, ich weiß nicht, hast du zum Beispiel ein geografisches Gedächtnis, so, was dir vielleicht auch noch gewisse Prozentpunkte bringt, ich greife das deswegen auf, weil das glaube ich, der, ihr hattet ja dann auch so die Strecken euch angeguckt, so weißt du, und, weißt du, und dass du dann halt wirklich sehr ins Detail gehst und das ja auch ein Talent ist, wenn man sowas kann, also das kann dir längst nicht jeder, sich so Sachen vorstellen, was du ja auch gerne machst und deswegen so die Frage. Ja, also, also es gibt so ein YouTube-Video, wenn ich jetzt mal ein bisschen ausschweife nochmal, gerne, vom Fahrgang Cancelara, ich glaube, das war Tour de Suisse 2010 oder sowas, da hat er alle wirklich, beim Zeitfahren in Bern, hat er wirklich, ich weiß nicht, was er da gemacht hat, und ich weiß auch nicht, ob das von den besten Eltern, guten Eltern war, wie man sagt, oder was er da im Blut hatte, also es war ja dann noch wirklich tatsächlich so eine andere Radsportzeit, aber er fährt da um die Kurven, also er ist blind um die Kurven gefahren, weil er den Kurs so gut kannte und dieses Bild, dieses im Flau sein einfach, dieses Vertrauen in sich selbst haben, um die Kurven zu jagen, dieses Bild habe ich halt auch von mir im Kopf, dass man im Wettkampf auch so sein, oder das ist so, oder was weiß ich brauche, um im Wettkampf im Flau zu sein, dass man wirklich nicht dann Angst hat, ah, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was da um die Kurve kommt, und dann kommt auf einmal eine Insel und dann fährst du da in die Verkehrsinsel ein, und ist halt alles schon passiert, mir halt noch nicht, und deswegen gucke ich mir halt gerne so eine Strecke oft an, weil ich mir auch dann nochmal vor dem Wettkampf das so visualisieren kann, wo kann ich eventuell draufdrücken, ist es vielleicht erst nach dem Berg, weil am Berg kann jeder Gas geben, aber vielleicht ist es wichtiger, nach dem Berg, also wirklich kurz vor der Kuppe einmal antreten, über die Kuppe drücken, und dann über die Abfahrt halt nochmal richtig, ja, sag ich mal, ein bisschen flotter runterzufahren, und das liegt mir ja auch ganz gut, und das sind halt so Details, denke ich, die für mich auch im Wettkampf interessant machen, wo ich da auch Spaß drin habe, und was mich auch vor dem Wettkampf dann motiviert, also ich werde mir jetzt auch für dieses Jahr auch die Strecken schon weit im Voraus nochmal angucken, damit ich mir die im Training nochmal dann später visualisieren kann, damit ich halt im Wettkampf selbst nicht mehr überrascht werde, wie zum Beispiel in Rot. Ja, es gibt ja auch ein Video von Felix Henschel da, wie du da auch da einen Pass runterballerst, da, wie du schon sagst, du bist da voll, hast da volles Vertrauen, und ich glaube, na gut, du bist da auf dem Rennrad unterwegs gewesen, aber jetzt hast du ja auch das Schiff. Ich fand auch eine spannende, eine Aussage spannend in der Doku, wo du meintest, ja, wenn das jetzt alles gut wird bei Rot, dann schaltet sich auch wieder Specialized mit ein, und das schließt so ein bisschen an das Thema Mediasponsoren halt, nicht, wie würdest du, oder wie ist, du kannst ja einfach mal so kurz sagen, so dein Setup, also du hast ja auch Pure und Hoka und Specialized mit dabei, hattest du eigentlich auch so? Genau, Hoka habe ich jetzt nicht mehr, aber... Hoka ist nicht mehr mit dabei, okay. Nee, das ist auch, da ist es auch, wenn man jetzt durch so in dieser, in der Sportpsychologie bleibt, ich wollte dich auch nicht unterbrechen. Ja, alles gut. Müssen wir schon bei der Wahrheit bleiben. Für mich war es halt immer, wir haben halt tatsächlich damals mit dem Sebastian Zeller, Nike und Hoka gegeneinander getestet, ja. und Unterschiede gerade vor allem, der nicht, also ich konnte immer schon gut laufen, auch, aber halt nie wie ein Triathlet oder wie ein Läufer und von daher waren da die physiologischen Ansprüche zwischen Hoka und Nike sehr extrem. Also ich glaube, wir haben das so bei 4-Minuten-Tempo oder 3,50-Tempo für 6 Minuten getestet, wie viel Sauerstoff ich verbrauche und ich weiß nicht mehr die genauen Werte, aber ich glaube, wir lagen so bei 13%, 14% Unterschied. Oh, krass. Zwischen Nike, damals Vaporfly und Hoka, Carbon X. Und da habe ich aber jetzt mal gesagt, Hoka hat halt wirklich auch mir einen super Vertrag hingelegt, wo ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt erst mal am Anfang meiner Karriere und ich soll erst mal laufen lernen und dann brauche ich auch nicht erst mal den schnellsten Schuh. Und dann war ich bei jedem Wettkampf tatsächlich so, oh, der läuft ja den Schuh und den Schuh und ja, für mich hat dann Dubai wieder war so ein Beispiel. Ich war bin ja als Erster in die Wechselzone in Dubai und dachte, okay, jetzt versuche ich mal beim Laufen einfach mal was rauszuhauen. Hatte dann, also Hoka, also es ist ein super Schuh, nicht, dass ich jetzt hier, das sind super schnelle Schuhe, gute Trainingsschuhe, das sind meine Lieblings-Trainingsschuhe, aber wenn man halt immer von hinten einen Vaporfly anhören kommt oder einen Alphafly, die haben ja vielleicht mal einen sehr speziellen Sound, wenn man mit denen läuft. Ich habe einen aufstehen, ja. Ja, und dann dachte ich, oh, da kommt schon wieder einer und schon wieder einer und die waren halt wirklich 30 Sekunden schneller auf dem Kilometer unterwegs und dann ist klar, dann hast du, weißt du, hast du im Hintergrund halt auch immer dann das Wissen, also du hast den Schuh getestet, du weißt, dass der 13, 10 Prozent schneller ist, wenn du den läufst, also sparst du an Energie, kannst du natürlich dann auch mehr ausgeben mit dem Nike an Energie und ja, dann habe ich halt da wirklich nochmal lange nachgedacht, ich hätte auch bei Hoka bleiben können, aber ich dachte, jetzt ist halt auch irgendwie ein Zeitalter im Triathlon hat angefangen, wo man absolut das A-Game bringen muss und mein A-Game ist halt dann jetzt Nike oder der schnellsten Schuh, den es halt gerade gibt und wenn ich damit mehr Erfolg habe, kann ich eventuell bei anderen Sponsoren das Geld auch wieder wettmachen, ja. Ja, und dann ist es wahrscheinlich auch total individuell alles, also wenn wir jetzt Jan Fodenow nehmen, der ist ja zum Beispiel bei Hoka, nicht, und dann passt das ja und da habt ihr euch wahrscheinlich auch ausgetauscht oder darüber, nicht, er wird ja auch Nike und so getestet haben, ja, also ich, natürlich habe ich da ein paar Insights noch mehr, aber da will ich auch gar nicht drauf eingehen, ja, es ist, ich sage es halt für jeden, es ist halt auch die Sache, wo man selbst dran glaubt und ich habe mit meinem Sportstichologen festgestellt, ich glaube halt an den Nike-Schuh, ich bin, mit meinem Nike-Schuh, meinen PB auf 5 Kilometer gelaufen und da ist es halt, für mich dann, habe ich dann wirklich lange überlegt, weil natürlich muss man ja auch erwirtschaften als Profisportler und habe halt gesagt, nee, ich nehme erstmal wirklich den schnelleren Schuh, gucke jetzt dieses Jahr, was, wie Erfolg ich damit habe und dann kann ich vielleicht nochmal nach einem Jahr entscheiden, vielleicht bleibe ich dann bei der Entscheidung oder es wird nochmal was anderes sein, aber ich denke, man, gerade in dem Zeitalter, wo wir uns gerade befinden, muss, was Performance angeht, muss man auf jeden Fall, sollte man jedes Detail, betrachten, ja. Und wie siehst du so diesen Prozess, den du halt auch mit dem Sponsor und etc., halt auch, das ist ja mit dabei so, hast du das so eingeschätzt, also ich höre jetzt immer so von den Profis, mit denen ich so rede, dass es halt echt schon krass ist und vor allem auch viel krasser geworden ist in den letzten Jahren, dass man sich da mit so vielen Sachen auseinandersetzen muss, klar, hat man auch vielleicht einen Manager noch, der da vieles auffängt, aber hast du das ja, hast du das so gewusst, dass es halt auch echt anstrengend ist, nicht, und dass da ja auch Druck ist, macht dir das Druck? Ja, natürlich, ich muss ja meine Miete bezahlen und jetzt, sag ich mal, ist es ja wirklich eine, wenn man jetzt von der Klimakrise mal abseht, ist es ja, da sind wir ja mehr oder weniger auf dem Weg in den nächsten Kalten Krieg oder eventuell schlimmere Sachen und da fragt man sich natürlich, macht das alles überhaupt Sinn, dass ich Profisport mache, bringt das der Gesellschaft was? Das sind auch Gedanken, mit denen ich mich irgendwie immer konfrontiere, weil ich sag mal, als Profisportler ist man ja schon sehr egoistisch unterwegs, man kriegt Geld dafür, dass man sich bewegt, so, und ich denke, das ist ein absolutes Luxusgut, deswegen bin ich noch mehr den Sponsoren natürlich dankbar, dass die mir diesen Lebensstil erwirtschaften oder finanzieren können und will dir natürlich dann über meine Performance dem gerecht werden, was natürlich auch irgendwie mir auch natürlich Druck macht, oder wenn dann die Ergebnisse schlechter werden oder schlecht sind, eventuell wird der Druck dann noch höher und da kann man natürlich auch als Sportler dran zerbrechen, aber wenn man jetzt ein Team hat, wie ich es oder wie wir es sind, nimmt das natürlich auf jeden Fall eine Menge Druck und ist sich der Rolle auch irgendwie bewusst, dass man jetzt gerade vielleicht Profisportler sein darf. Ich denke, ich habe noch mehr Glück als Jan Frodeno, der wirklich jetzt durch Corona oder wir alle haben natürlich die durch Corona sehr gelitten, aber durch die Pandemie hat er jetzt zwei Jahre verloren, jetzt ist er verletzt und das waren jetzt seine Jahre, wo er nochmal hätte Wettmeister werden können, vielleicht fünf Titel auf Hawaii haben können, weiß, weiß ich. Aber natürlich zieht sich das dann, also wenn ich dann abends ins Bett gehe und ich gucke mir nochmal auf der Tagesschau-App die Nachrichten an, ist das halt irgendwie, ja, da gibt es schlimmere Sachen definitiv auf der Welt und frage mich da, ja, was mache ich hier eigentlich in Andorra, während Leute um ihr Leben kämpfen und was ich halt auch wiederum als Motivation sehe, den Sport machen, weitermachen zu können, weil es kann, es kann halt von einer auf der anderen Sekunde auch wieder vorbei sein, man weiß halt nicht, kommt jetzt nochmal eine neue Corona-Variante, fühlst jetzt nochmal schlimmer mit der Situation in der Ukraine und deswegen genieße ich jetzt erstmal gerade, dass ich hier in Andorra sein darf, bin mir natürlich auch dessen bewusst, dass es ein absolutes Luxusleben ist. Ja, es ist auf jeden Fall ein Privileg, das stimmt. Man muss es aber natürlich dann auch oder darf es vielleicht auch so sehen aus der Perspektive, dass du eben auch ganz, ganz vielen, und das klingt mal so ein bisschen hochtramt, aber dass du halt auch ganz vielen damit was gibst, Also, dass du andere motivierst. Ja, das weiß ich nicht. Ja, ich glaube schon, also wenn man so unter die, also ich habe mir mal ein bisschen die Kommentare angeguckt unter den ganzen Pushing Limits, also aus dem Content jetzt, was ihr so rausgebracht habt zusammen mit der Doku und so, und da sieht man schon sehr stark, dass da einfach die Leute Lust drauf haben, Anteil zu nehmen und dass die halt auch motiviert, wie man immer so schön sagt, nicht? Wie ich erst meinte, man will dann halt rausgehen und wieder trainieren und das gerade auch, dass es in den Zeiten echt was geben kann. Also ich kann das zu 100 Prozent unterschreiben, dass das aus einer Sicht egoistisch ist, aber aus der anderen Sicht auch echt ein Mehrwert ist für viele. Also das muss man auch sehen. Also es ist nicht, ja natürlich, also ich denke, das, was der Julius für Bilder eingefangen hat, diese dramatischen, ich würde es mal wirklich dramatischen oder romantische Sportbilder, das ist, also ich, ich war schon in der ersten Anfangssequenz, wir haben es ja im Kino, da haben wir die Premiere gesehen, war ich schon sehr, sehr mitgenommen und da floss auf jeden Fall die erste Träne bei mir, weil der Sport an für sich eine super krasse Emotion vermittelt und ich denke, jeder Triathlet, der auf Olympische, egal, auf welcher Distanz unterwegs ist oder sei es ein Ultrarunner, ich habe auch auf vielen anderen Sportbranchen Nachrichten bekommen, ich denke, kann das auf jeden Fall sehr, sehr viel Motivation vermitteln und ja, oder einfach nur das Feeling vermitteln, was Sport halt tun kann und leisten kann und auch Leute ablenken kann, natürlich jetzt gerade von dieser schlimmen Zeit, ich merke das halt auch und wenn ich immer im Training bin, geht es gerade noch im Schwimmbad gewesen und denke ich halt mal eben nicht darüber nach. Sobald ich im Bett liege und das Handy dann neben mir liegen habe, ja, habe ich natürlich direkt wieder diese Bilder im Kopf und ich denke, dass der Sport mit einer der größten Auswege aus, ja, natürlich oder wo wir uns wirklich fliehen flüchten können und dann halt nicht mehr über solche schrecklichen Szenen halt nachdenken. 100% total, ja, und dass man immer mal wieder aus der eigenen Perspektive einfach auch rauszoomen kann. Apropos Perspektive, also ich hätte noch zwei, drei Fragen, Ruben, wir haben ja jetzt eigentlich ausschließlich über deine Perspektive gequatscht, da gibt es ja jetzt auch noch das RZ-Coaching und das ist bisher jetzt auch noch nicht wirklich thematisiert worden und ich hatte mich gefragt, vielleicht magst du da einfach mal ein paar Worte zu, ja, euer Konstruktor verlieren. Ja, also, ich denke, das, was ich für ein Trainerteam oder ein Team um mich habe, sei es von, fängt bei Paulina an, hört bei Julius auf und Michi und Alex geben natürlich den Hauptteil dazu, aber der, was jetzt nur Training angeht, das hab halt ich nur, kann ich direkt sagen, das ist halt wirklich ein Commitment von allen, wo ich eigentlich, also da muss ich Sport machen, also wie jeder da sich da halt hineinhängt und ja, dann hatte ich halt die Idee mit dem Michi, ja, eventuell, weil er wirklich mein Trainer ist, ich bezahle ihm auch nichts, kann er seine, oder das, was er mir erwirtschaftet oder was er mir gibt, kann er da über die, vielleicht andere Einnahmen als bei anderen Leuten Coaching halt dann generieren und auch darüber lernen, wie er mal mit Sportlern umgeht und das, was er mit mir lernt, wirklich, wie wir halt uns halt auch von Training zu Training weiter professionalisieren, kann er halt auch den anderen Sportlern von Airside Coaching weitergeben und sind alle super zufrieden und das ist, wenn man auch dann so eine Community hat und man merkt, dass es bei jedem läuft und das merke ich halt auch bei Michi, der ist halt nicht derjenige, der nur Trainingspläne schreit, sondern der, er beklagt sich natürlich auch, dass er sehr viel arbeitet damit, aber er wirklich, er telefoniert mehr oder weniger mit jedem, mehrmals die Wochen und hat auch wirklich Kontakt und das ist halt, wir haben auch wirklich nur eine bestimmte Anzahl an Plätzen und die sind halt alle schon vergeben und mehr schafft er halt nicht, genau also, das wäre eine nächste Frage gewesen, okay, ja, und ja, genau, es sind auch wirklich eher Freunde, die wir trainieren mittlerweile oder wie, die er trainiert, sind wirklich zu Freunden geworden und so möchte man das ja halt auch, dass der Trainer da mal einen nimmt, ich sage, nee, freundschaftlich sage ich dir jetzt mal, muss jetzt die 5 Stunden mal Rad fahren, keine Ahnung, ist jetzt ein Beispiel, und das ist halt immer das, was ich auch so beim Trainer haben, oder was ich haben möchte, ein freundschaftliches, brüderliches Verhältnis oder schwesterliches, ich weiß es nicht und das haben wir definitiv, das haben wir in der Gruppe und da macht es halt nur Spaß, miteinander zu trainieren und in so einer Luxus, ja, in so einer schönen Situation zu sein, miteinander Sport machen zu dürfen und jetzt, wie gesagt, Julius hat, besucht mich jetzt hier in Andorra, wir drehen ein paar Zehen hier, eventuell gibt es dann eine Fortsetzung und ja, es ist halt auch so ein tollen Ort sein zu dürfen mit anderen Leuten, das alles teilen zu dürfen, das ist natürlich sehr, sehr toll. Ja, ich hatte mich gefragt, so, was sucht ihr denn für, man sagt ja im Marketing, so für eine Person, ein Athlet, aber das bedeutet ja eigentlich auch gleichzeitig nicht, dass wenn das so ausgerichtet ist, das Konzept, was ich sehr, sehr spannend finde, auch selbst als Hobbyathlet, dass es mehr oder weniger schon ausgereizt ist, weil du kannst ja nicht noch mehr annehmen, wenn da jetzt nur Michael ist. Ja, also der Alex arbeitet auch noch mit bei RZ-Coaching und er hat seine Sportler und er committet sich bei seinen Sportlern auch nur so, wie ich es gerade beschrieben habe, also er möchte auch ein freundschaftliches Verhältnis mit seinen Sportlern haben und wenn du dann 50 Sportler hast, dann weißt du, dann kannst du ja vielleicht nur eine E-Mail beantworten und das war's und kurz mal den Trainingspeaks einschauen und natürlich auf der Grundlage arbeiten wir auch und aber wir versuchen halt immer noch irgendwie wie gesagt, was bei mir geholfen hat, ist halt wirklich den Menschen zu sehen oder ein Körpergefühl irgendwie darstellen zu können durchs Training und das versuchen wir halt auch bei den anderen Sportlern mehr oder weniger auch zu erzielen und wenn man dann mal vielleicht mal mehr Arbeitsstress hat, dann ist es halt klar, dass man halt nicht trainieren, also weniger trainieren muss und das vielleicht nur ist, dass das Training vielleicht nur on top ist, dass es vielleicht nur mal eine 30 Minuten Rollenanhalt ist. Ich kann es euch, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, ich hatte heute drei Stunden Straße auf meinem Trainingsplan hier in Andorra, ich bin, wie gesagt, auf 2400 Metern, der zweite war ein bisschen bescheiden, habe ich gesagt, okay, gehe ich auf die Rolle und ich war die Tage, habe ich ein bisschen Krafttraining gemacht, weil es mir einfach super hilft, auch Verletzungen vorzubeugen und dann war ich aber so platt, so Muskelkater, jetzt bin ich für drei Stunden, und jetzt halte ich fest, 130 Durchschnittswatt gefahren, 134 Durchschnittswatt. Wenn ich mir dann angucke, was halt bei Strava manchmal abgeht, was da Leute vier, fünf Stunden rumknallen, über 300 Watt, da kriege ich halt Angst, wie soll ich gegen diese Leute antreten, wenn ich die heute nur 130 Watt schaffe. Aber mein Körpergefühl war halt wirklich so, weil ich natürlich bin jetzt mal auf 2400 Metern und der Puls hat auch nochmal was anderes gesagt, dass der ein bisschen schon in der Ausdauer, also ich war schon im Lid-Bereich definitiv vom Puls her, aber mein System war halt so gestresst, dass ich gesagt habe, nee, dann nehme ich jetzt die drei Stunden halt wirklich zum Entgiften in dem Sinne, dann muss ich nicht nochmal den nächsten Trainingsreiz setzen und es ist ja ein Trainingsreiz in dem Sinne, dass ich mich regeneriere während der Einheit, weil meine Beine durchbluten und die Giftstoffe werden abgebaut und da auch, da sehe ich halt auch wiederum dann den Prozess, dass ich dann der, in dem Sinne mir dann selbst vertraue und sehe, nee, reicht. Ich weiß, wenn ich jetzt nochmal einen draufsetze, dann bin ich morgen halt noch mehr im Quark und komme nicht weiter und gerade in der Höhe muss man da noch mehr aufpassen, als wenn man zu Hause ist. Ja, weniger ist dann mehr und sonst kriegst du dann wieder die Schelte von Alex, wenn du dann doch wieder mehr machst. Ja, aber das ist ja wirklich ein Problem. Man sieht ja die Leute, was sie bei Strava trainieren und wenn man sich dann Sam Long anguckt, weiß weiß ich, der reist 1000 Kilometer in der Woche, läuft 130 Kilometer und schwimmt 30 Kilometer und da fragt man sich ja, wie lange geht das gut oder wie kann ich da entgegensetzen? Und wenn ich jetzt nur mal die Leistungen vergleiche, klar kann man das nie vom Rennen zu Rennen vergleichen, aber er ist jetzt in, was war das, Clash Miami vor vier Wochen oder so. Er ist ja 350 Watt gefahren und für über, glaube ich, 80 Minuten oder so und ich bin halt weit mehr gefahren über einen längeren Zeitraum, wo ich mir denke, es gibt halt verschiedene Trainingsansätze, die halt individuell halt anders, also auch anders ansprechen und ich denke gerade für mich ist einfach am wichtigsten, wie das Körpergefühl ist und natürlich arbeiten wir auf einem Laktatmesser und dem, der entspricht mittlerweile kann ich voraussagen, was ich für einen Laktatwert habe. Ja, ich habe mir auch in der Vorbereitung noch ein oder andere Interview angehört, du warst ja doch schon bei Marco Sommer zum Beispiel auch im Podcast und so und da ist schon ein bisschen länger her und da ging es spannenderweise auch so um diesen Prozess, gerade im Triathlon gestartet und dass du natürlich dann auch in die Weltspitze kommen willst, ich glaube du hattest, war das 2018 oder 2019? Ja, 2018 Ja, genau und dann hast du gesagt, dass so, ja, okay, in drei, vier Jahren will ich natürlich auch in der Weltspitze sein, wie würdest du sagen, also siehst du dich schon in der Weltspitze? Ja, also ich bin jetzt durch das Rennen in die Top 100 der PTO wiedergekommen, ich war mal Platz 70 hier oder so, keine Ahnung, also wenn man Top 100 ist, würde ich einen schon zur Weltspitze zählen, natürlich ist Triathlon ein sehr, sehr kleines Geschäft, aber einfach, man sieht ja, was die Kollegen auch leisten und ich denke natürlich zählt nur Platz 1, das ist daran, wo ich mich dran motiviere, ob ich es erreichen werde, ist halt eine ganz andere Frage, aber ich habe in dem Sinne keinen Zweifel, weil ich mich daran motiviere, Platz 1 zu sein, um die Frage genau zu beantworten, ja, ich denke, dass ich in der Weltspitze angekommen bin, das habe ich im Rennen in der Challenge Salou mir selbst nochmal bewiesen, gerade durch die Leistung, die ich da erzielt habe, wenn man es nur von der Leistung spricht, nicht vom Ergebnis, vielte ist okay, nur von der Minute vom Sieger, aber ich bin natürlich alle schlagen und ich glaube, ich werde erst dann ein glücklicherer Mensch, muss man wirklich leider sagen, wenn ich das geschafft habe, also das ist immer so ein Kritikpunkt, man sieht genau, meine Freundin weiß genau, wenn ich grübel, ich habe dann immer diesen Ausdruck dann abends, wenn man auf dem Sofa liegt und man isst dann vielleicht schon die zweite Tüte Chips, das war jetzt ein Witz, aber es ist dann immer so, mache ich alles richtig und das ist immer, das ist so die große Frage, auch die ich mit dem Sportpsychologen bespreche und bespreche und der sagt ja, deine Trainer, diesen Weltspitze, sagst du selbst, du hast noch nie so gute Trainer gehabt und dann, also er bekämpft mich selbst, meine Zweifel, meine eigenen Argumenten und das ist immer, ist auf jeden Fall, für mich ist es ein Prozess und ich denke, in der Weltspitze anzukommen oder generell da zu sein, das ist ein andauernder Prozess und es ist halt wie, keine Ahnung, es hört halt nie auf, man muss halt immer weiter den Tank befüllen und hoffentlich ist man halt dann auf dem Platz eigentlich. Und dann, also was halt auch sehr spannend war in der Doku, ist ja auch so diese Erfahrung, nicht ohne jetzt nochmal drauf groß einzugehen wollen mit der Tour de France, also dass da ja auch dieser krasse Twist so war und du hast es dann halt leider nicht, sag ich mal, erreicht, das was du dir vorgenommen hast, hast du oder denkst du, dass du dann auch davor gefeit bist, sag ich mal, mal angenommen, es trifft vielleicht nicht, das sind vielleicht auch Szenarien, die ihr besprecht so, es trifft vielleicht nicht ein so, also man geht ja jetzt nicht vom Schlimmsten aus, aber ich meine nur, dass man sozusagen auch davor gefeit ist, okay, wenn es nicht so kommt, wie man jetzt denkt, ohne das jetzt so absolut zu meinen, aber dass man nicht wieder sozusagen da in so ein Loch fällt, also ist das auch, sind das auch Gedanken, die du vielleicht schon mal durchgespielt hast, weil guck mal, also es kann immer was passieren, also ich denke, das ist ein ständiger Begleiter, also ich denke nicht nur im Leistungssport, ich denke jeder, der, der Alex sagt es ja auch so schön im Video, jeder, der irgendwie selbstständig ist, der weiß halt, der weiß, was was es heißt zu erwirtschaften, so ähnlich war ja sein Satz und ich denke, genau wenn man selbstständig ist, das sind wir ja hier Leistungssportler, steht die Frage immer im Raum, wann ist halt, dann ist es vorbei und ich werde jetzt nächsten Januar 30, da ist jetzt schon, 30 ist ja schon mal so eine Zahl, ich bin schon drüber weg, ja, es ist halt dann so, ich kann dir sagen, wenn du auch drüber nachdenkst, ich habe mit 29 übelst viel drüber nachgedacht und dann als die 3 da war, eigentlich nicht mehr, ja und genau und das ist es so, ich sehe es nicht als Alter, sondern ich sehe es halt als Prozess oder als Periode, wie in der Periode, wo ich Profisportler im Radsport war, war halt eine Periode, ich habe daraus sehr, sehr viel gelernt, was ich heute noch nutzen kann, habe sehr viel genießen können, habe da die Tage noch mit meiner Mutter drüber gesprochen, weil meine Mutter ist ja auch in der Politik sehr unterwegs und habe halt mehr oder weniger auch angemerkt oder mich beschwert, was ich eigentlich für ein tolles Leben haben darf und die armen Jungs in der Ukraine müssen ihr Land mit ihren Vätern und weiß was ich, ihren Schwestern verteidigen und da habe ich halt auch gemerkt, klar habe ich halt Sorgen, natürlich, definitiv, aber es geht halt immer noch schlimmer und das hat, ich war ja wie gesagt jetzt hier in Andorra auch mit Jan und Jan hat mir das dann erzählt, er wird hier nicht, also ich wäre zeitgleich noch mit ihm hier gewesen, kann nicht so weit sagen und hätten auch dann auf jeden Fall die ein oder andere Einheit zusammen nochmal trainiert und da hat er gesagt, nee, er muss abreisen, die Verletzung ist doch schwerer als gedacht und da war so, alter, also da habe ich mich richtig für ihn geärgert, weil er hat schon, also irgendwie fiebert man ja schon mit, mit Jan, obwohl man ihn schlagen möchte. Ich habe es auch gestern meiner Freundin geschickt und auch so mit einem Trauersmiley, weil man fühlt halt mit, es ist, gut, du kennst ihn ja noch ein bisschen mehr. aber dann hat er aber definitiv gesagt, ey, aber ändere einmal die Perspektive in die Ukraine, dann ist das dir scheißegal und so denke ich, das ist halt, da dachte ich auch so, ja, ich habe da nur Jan gesehen, scheiße, kann jetzt nicht in St. George starten, aber dann siehst du mal endlich, was das für ein großer Sportler ist und für einen Weltstar, dass er sagt, ja, es gibt definitiv viel, viel Schlimmeres, als dass ich jetzt eine doofe Verletzung habe. Ich denke, das ist auf jeden Fall für mich auch so ein Leitbild dann geworden, was jetzt kurzfristig passiert, aber wo ich gesagt habe, ja, es geht halt immer noch schlimmer. Ich habe noch zwei letzte Fragen rum, die eine, auch wieder an vor den oder noch mal anschließend, bist du auch so, sag ich mal, wie Sebastian Kienle oder auch Senders, die ja auch oft einfach frei sagen, so, die wollen halt auch gerne nochmal gegen Jan racen, so nicht. Ist es bei dir auch so ein Punkt, dass du sagst, ey, ich will unbedingt nochmal vielleicht so gegen den Besten aller Zeiten oder zumindest mal in dieser Zeit hier racen? Das durfte ich ja schon mal in Buschhütten 2019 und da habe ich ihn ja sehr, sehr lange ärgern dürfen und er war ja richtig überrascht, dass ich so nah an ihm dran war. Ich weiß immer noch diesen Blick, den er mir zugeworfen hat in dem Kreisverkehr in der Wende. Wie? Der ist schon hinter mir, da war ich auf 20 Sekunden dran oder so. und dann haben wir zwei Wochen Runden gebettelt und ich wusste halt damals noch nicht, wie man Triathlon macht, bin dann halt so hochgegangen wie weiß ich. Natürlich möchte man immer den Besten irgendwie schlagen und das ist ja auch wie gesagt meine Motivation und ich sehe mich nicht dieses Jahr Jan Frodeno schlagen, außer ich weiß nicht, keine Ahnung, ich kriege auf einmal jetzt nach dem Höhentrainingslager so einen großen Motor, dass ich alles, ich weiß nicht, platt machen kann. Ich sehe mich da auf jeden Fall in zwei, drei Jahren, definitiv, aber dann ist er halt nicht mehr da. Da gibt es aber auf jeden Fall andere Leute und ich denke auch, dass man Blumenfeld oder auch Gustav Iden oder sei es auch Jan Stratmann oder Maurice Clavell, ich kann so viele Leute jetzt aufzählen und ich denke, man soll auf jeden Fall die Leute dann racen, die am Start sind und die muss man anschlagen. Natürlich möchte man den Besten schlagen und wenn man dann irgendwann mal selbst der Beste ist, dann wollen halt die anderen einschlagen und ich denke, das ist auch ein ganz cooles Gefühl, wenn man, oder das, was mich auch motiviert, der Beste zu sein und dann sieht die andere Sache wieder anders aus und ich denke, wenn ich das so ein bisschen noch ergänzen kann, war mein Problem in den letzten Jahren, als ich das alles immer zu schnell wollte, weil ich gesehen habe, bei meinem ersten Triathlon, ja, weiß nicht, direkt Podium in Buschhütten, Heilbronn, Sebastian Kienle geärgert, als Vierter aus dem Wasser, beim ersten Mitteldistanzschwimmen, noch vor Maurice Clavell aus dem Wasser, der so ein super Schwimmer ist und nur Flora Angert vor einem, der ja ehemaliger Schwimmer ist und dann hat man natürlich Erwartungen und die habe ich ja wie gesagt mit der Versuch mit der Brechtstange herbeizuführen und das hat definitiv nicht funktioniert, natürlich kam noch Corona dazwischen und ich bin jetzt am Ende froh, dass ich diese Lernzeit haben durfte, mich nochmal da, jetzt auch in der Zeit mich nochmal sammeln zu können, um jetzt vielleicht dann, nicht vielleicht, sondern dass ich jetzt definitiv in 2022 dann das zeigen kann, was ich gelernt habe. Jo, erstmal einen schönen ausgiebigen Hustenanfall bekommen, also ich wollte Ruben fragen, ob wir mal so eine Art Vision Board skizzieren wollen und mit welchen Erfolgen er dieses bestücken wollen würde. Ja, das ist, ja ich verstehe, was du meinst. Das müssen auch nicht unbedingt jetzt Titel sein, aber einfach so zwei, drei Fakten. Genau, das ist halt auch gefährlich. Ja, naja, oder was du darunter verstehst, sag ich mal, was du dann auch gerne zeigen wollen würdest, sagen wir mal so. Das muss ja jetzt nicht der WM-Titel sein, so nicht. Nee, also ich denke, weil ich ja auch gerne von diesem Prozess spreche, ist es halt, das hört sich auch wieder so doof an, aber, dass ich halt der beste Sportler bin, der ich halt sein kann. Ja. und ich weiß, dass ich definitiv bei Weitem noch nicht da bin, wo ich sein, wo ich jetzt schon gerade sein könnte, weil ich viel habe liegen gelassen, habe und das aber mit jetzt auf den Weg nehme für die nächsten Jahre, um daran genau zu arbeiten. Um, weil ich denke, jetzt wie gesagt, ich gehe jetzt auf die 30 zu, dass ich dann die 30er meine besten Jahre in meinem Leben machen werde und das ist für mich super, super motivierend und dann einfach der beste Ruhm, also ich habe ja auch von diesem alten Ruhm gesprochen, sondern einfach, dass ich dann die beste Person, die ich halt sein kann, sei es moralisch, sei es sportlich, ich denke, ich möchte mich das auch nicht auf dem Ziel festlegen, natürlich möchte man gewinnen und der beste sein, und wenn ich der Beste bin, dann weiß ich, dass ich viel gewinnen werde und das ist eher so eine Vision von mir als, ich möchte jetzt Hawaii gewinnen oder interessant, etc., Frankfurt oder natürlich, das sind halt so Zwischenschritte eher, würde ich sagen, aber dieses große Ziel ist halt, es gibt ja ein Leben neben dem Triathlon und das ist halt so, woran ich mich irgendwie auch generell im Leben irgendwie dran aufhalte. Dann lass uns das doch einfach so stehen lassen, ja, also Ruben, danke für deine Zeit, ich glaube, danke auch, ich glaube, dass doch sehr, sehr viele das sehr, sehr spannend finden und du hast es ja schon angeteasert, vielleicht kommt da ja auch noch mehr bald oder irgendwann. Ja, also ich kann Ihnen soweit sagen, ich werde dir das ja in Frankfurt starten, beim Ironman Frankfurt, davor in Kreisgau und in zweieinhalb Wochen beim Ironman 70.3 Mallorca. Ja, okay. Wollte ich mich auch mal in dem Sinne für die ganzen lieben Nachrichten bedanken, die Julius oder und ich halt erhalten haben, halt auch bei YouTube oder persönlich, das war super, super viel und ich versuche da gerade irgendwie allen anderen da hinterher zu kommen, dass ich allen Leuten persönlich antworte, aber es war echt eine Menge und ja, freue mich, dass wir jetzt das auch, ne, klar, jetzt der, der erste, der erste Film, so sage ich es mal, aber der erste Teil, der war jetzt schon sehr, sehr emotional und ja, wir wollen einfach das so mitnehmen, die Leute auch mit auf die Reise nehmen und der Julius macht eine super Arbeit und ja, freuen uns, dass es euch gefallen hat. und ich denke, alle, die jetzt zuhören, werden sich freuen, dass eventuell da noch mehr kommt. Ja, wir haben so auf jeden Fall ein paar Ideen auch mit den Sponsoren, mit denen ich natürlich arbeite, das muss man ja auch sagen, man muss ja irgendwie auch mit den Sponsoren das auch finanzieren, also ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, der Julius hat das alles irgendwie selbst finanziert und ich weiß gar nicht, wie ich dem gerecht werden soll, was er da für eine Arbeit geleistet hat, ich bin ja, also ich bin ja nur ich selbst da und ich mache ja in dem Sinne nicht, außer mich selbst zu sein und ja, der Julius ist derjenige, der das filmt und sich die Gedanken darüber macht und muss ich mich da auf jeden Fall bei ihm nochmal persönlich auf jeden Fall bedanken, weil quasi jetzt in Andorra werden wir auf jeden Fall das ein oder andere alkoholfreie Bier zusammen trinken und ja, auf jeden Fall auch anstoßen, weil ich glaube, auch heute haben wir sogar die 100.000 Views geknackt, also schon okay, krass schon ganz okay ja dann lass uns doch hier einen Punkt setzen ich meine, es ist Viertel 10 und ja genau also Ruben, danke für deine Zeit ja, vielen lieben Dank hat mir echt Spaß gemacht und vielen Dank für das tolle Interview oder Podcast das war mein heutiger Gast Ruben Cepunke vielen, vielen Dank fürs Zuhören bis hierher danke auch für deine Zeit Ruben und einen großen Dank auch natürlich an die Cepunke Crew und speziell auch an Julius von Filmrausch für das Audio und Videomaterial also Ruben sagt es ja auch selbst im ersten Moment mag vieles vielleicht ein bisschen überheblich oder arrogant oder auch naiv klingen aber ich finde im Gespräch merkt man sehr gut dass Ruben sehr genau weiß wo er hin möchte womöglich halt nur noch nicht sein eigenes Lebenspuzzle so zusammensetzen konnte wie er es für sich bereits visualisiert und da fällt mir als 90er Kind spontan die Anime-Serie Dragon Ball ein wo ja die super starken Saiyajins Krieger gegen meist noch stärkere Bösewichte kämpfen mussten und die Krugs dabei war oft dass sie ihrer eigenen gewaltigen Kraft Herr werden mussten also lernen sie richtig zu kanalisieren und vollständig zu kontrollieren und was ich auch sehr spannend fand oben ist einer der wenigen vielleicht muss man sogar sagen einer der ersten die proaktiv in den Medien über Zweifel und Ängste sprechen man taucht hier quasi szenenhaft mit ein in das oder in sein Gefühlschaos und in die Gedankenprozesse was ich persönlich auch sehr sehr spannend fand denn es ist keineswegs selbstverständlich oder Usus ich meine wir reden hier von Profisportlerinnen bei denen sehr sehr viel auf dem Spiel steht nicht selten geht es nicht nur um die eigene Existenz sondern oft ja auch um die der Mitmenschen also des Teams dahinter also es ist schon irgendwie ja es ist nachvollziehbar weshalb kaum jemand in den Medien über Misserfolge spricht wer zweifelt oder Angst hat zu versagen wird unter Umständen keine Vertragsverlängerung bekommen und letztlich ist ja auch das Triathlon-Business was ja auch seine Vorteile hat in den letzten Jahren dennoch zu einem gewissen Grad zu einer Kommerzialisierungsmaschine geworden übrigens an dieser Stelle möchte ich dir gerne noch eine Podcast-Folge empfehlen und zwar von Matze Hilscher der vor kurzem den Ex-Profi-Fußballer André Schöle im Podcast Hotel Matze zu Gast hatte und die beiden sprechen nämlich genau über dieses Thema also dass du als Profisportler im Grunde nur eins musst funktionieren und ja das ist die Aufgabe eines Profisportlers fand ich sehr sehr spannend geht auch eine Weile also da kannst du auf jeden Fall auch gerne mal rein zoomen wenn dich das interessiert aber das soll natürlich jetzt auch nicht zu sehr ins Negative Updriften aber ich finde ja auch darüber muss man mal sprechen und das ist nochmal eine sehr sehr große Perspektive wenn man über Profisport Profitriathlonsport redet na gut das soll es für heute gewesen sein ich hoffe sehr du hast dich unterhalten gefühlt bei dem Talk mit Ruben und das Ding ist wenn du Bock hast kannst du mich und damit den Wattes Los Podcast übrigens auch sehr sehr gerne unterstützen mit einer kleinen Spende der Content wird natürlich selbstständig weiterhin 100% kostenlos zur Verfügung stehen du hilfst mir damit einfach hier das Ganze möglichst werbefrei zu halten und weiterhin ja einfach ja einfach geilen Content rauszuhauen also wenn du dir sagst jo klar kein Ding was muss ich tun dann ja du hast die freie Wahl du kannst mich via Direktspende Paypal Steady oder Patreon unterstützen und natürlich fließen hier 100% deiner Spende in das Wattes Los Podcast Projekt das ist natürlich ganz klar und die Links dazu findest du in der Podcast Beschreibung aka in den Show Notes okay also wir hören uns hier wieder in zwei Wochen in der Streaming App deiner Wahl und falls du dich auch schon vielleicht gefragt hattest ja Sören du redest hier immer über Profisportlerinnen aber eine Frau war ja noch nicht zu Gast auch das wird es noch geben keine Angst im Hintergrund ist einiges in der Mache es kann aber auch sein dass in zwei Wochen ein Coach zu Gast sein wird also lass dich überraschen und dann hören wir uns wieder bis dahin ciao 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 Vielen Dank.